So, da sind wir wieder. Immer noch in diesem Drecksladen hier. Himmel, Arsch und Donnerkeil. Es ist zum Kotzen, es ist echt zum Kotzen. Vielleicht vernichte ich die CD. Ich kann mit diesem Scheiß-Pump gar nichts machen. Nicht umgehen. Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt. Ich kann sehen, wie Rochers über die Dächer rechts von mir läuft. Verstanden! Roach, wir treten ihn näher zu ihr aus einem des Hübels. Halten Sie die Augen des Ruchers auf. Er kommt über die Dächer. Nicht dir doch, Herr Sir. Ich kann einen sauren Beinschuss passieren. Dann haben wir ihn. Negativ. Das geht kurz zu hoch. Mit Angang. Mist. Verstanden. Wir waren doch gerade geblieben, Bro. Oh, ja. Ja. Ich mach echt drei Kreuze, wenn ich das hier überstanden habe. Hier, du Wichser. 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 Ich krieg nen Anfall. Trickspisser mal. Oh mein Gott. Von da oben hat so ein Wichser geschossen. Näää. Gehen Sie weiter den Hügel hoch los. Ich habe ihn den Weg abgeschritten. Er muss nach Westen über die Dächer. Los. Er hat das Gebiet tot, aber wir können ihn ankästeln. Nichts nachlassen. Los. 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 Es ist über den Zaun. Ich bin dran. Löter. Sieht ihr nichts rum. Los. 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 Er nähert sich jedem Teil des Elendswiffes. Los. überall so Hundesöhne verpiss dich Am nächsten Mal lasse ich dich abkratzen, einfach so. Oh mein Gott. Und jetzt darf ich wieder die ganze Scheiße machen. Oh mein Gott. Ey seht ihr das wie viele abgewichste Hühner hier hinkommen? Das ist doch so ein Kotzen, ja. Wie ich diese Mission jetzt hasse. Geh nach Hause Windeln wechseln, ey. Geh nach Hause. 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 Meine Fresse. Da haben sich diese kleinen dreckigen Bastarde versteckt, was?